Wir streben die Eintonnen-Gesellschaft bis ins Jahr 2050 an. Der Bund macht das bis jetzt nicht. Und wir sind der Meinung, dass das ein Fehler ist, wie Nick erwähnt hat. Kernkraftwerke sind das eine, der Klimawandel ist das andere. Und wir müssen beides unbedingt unter einen Hut bringen. Und wir können zeigen, mit unseren Berechnungen, es geht. Es braucht eine konsequente Umsetzung und die Schweiz ist sicher in einer sehr guten Voraussetzung, um das zu machen. Was treibt denn diese Stromkosten an? Es ist die Frage, wie alt diese Produktionsanlagen sind. Das ist die Frage. Und es ist nun mal so in der Schweiz, die Wasserkraftwerke sind alt, die Atomkraftwerke sind alt. Und wenn wir sie ersetzen müssen, dann wird es teurer. Weil sie praktisch alle abgeschrieben sind. Das treibt den Strompreis in die Höhe. Nicht die Tatsache, dass wir auf Atomkraftwerke verzichten müssen. Die EWB beispielsweise fragte 2009, welche innovativen Angebote eines Energieversorgungsunternehmens motiviert Kundinnen für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug? Kunden, Kundinnen. Hier kann 428 Ideen dabei raus. Und auch hier, klar wäre es spannend, einzelne rauszupicken, aber elementar ist, wie die Firmen, die Organisationen, diese zusammenführen, was sie daraus machen. Es ist selten diejenige, welche Idee dabei, aber der Ansporn aus diesen Ideen, das Wesentliche, das Substrat rauszuziehen, das ist enorm spannend und das funktioniert sehr, sehr gut. Auch Lösungen mit unseren Produkten, gemeinsam mit dem Kunden zusammen, offerieren wir, wie das vorhin von der EWB gezeigt wurde, für Energiemonitoring oder auch Energiemanagement. Denn es gibt ein altes Sprichwort, was man nicht misst, kann man nicht optimieren. und man sieht, dass da enorme Potenziale schlummern in der Energieoptimierung. Vielen Dank.